Du bist ja eigentlich einer der besten Kartenleser, die es überhaupt auf der Welt gibt. Da musst du dich jetzt also nicht runter gehen. Ich kann mich noch erinnern an, als du in der Städte herumgeführt hast, nur mit Kartenlesern. Voll Profimässig. Ich denke, es ist hier rechts. Es steht um die Tür left, weisst du? Warum wollte ich eine lefte Tür? Hier ist das Target, das ist... Hier hinten. Hände, hinten ist es... Ja, und dann gehen wir hier shoppen. Ja, dann gehen wir nach oben. Wenn wir noch etwas mögen. Ja, sicher. Oh, und das Target habe ich noch nicht geschaut, weil wir hier irgendwo... Kann ich ehrlich sagen, Schatz? Ja, was? Nein, du machst das wirklich gut, aber du hast ja gesehen, wie sie es wieder gekommen ist. Aber ohne die? Ja, aber die hat ja nicht viel geholfen, oder? Ja. Das sieht nicht so gross noch anstehen oder so. Nein, weil die meisten gehen ja nicht mehr ins Outback. Nicht? Warum? Weil nirgendwo. Ja. Weil ich habe das durchgegeben. George und ich kann für die Outback nicht mehr unbedingt über alles behaben. Okay, dann gehen wir wieder ins Outback. Komm her.